Wir wissen, dass die Modding-Community in The Sims 4 teilweise großartige Projekte auf die Beine stellen kann. Der Simmer ArniPlus hat aber mal wieder Unfassbares geschafft. Dieser sitzt aktuell an einem Ersteller-Ein-Welt-Projekt, mit dem man grundlegende Teile einer Sims 4-Welt komplett nach seinen eigenen Wünschen verändern kann. Mehr dazu in diesem Video. In einem Video, welches in diesem Monat veröffentlicht wurde, stellt Arni seine Mod-Kreation vor, mit der sich eine Region in Newcrest komplett individuell bearbeiten lässt. Genau diese hier. Wenn ihr in die Region im Spiel wechselt, ist sie erstmal komplett leer, bis ihr diese nach euren Wünschen bearbeitet. Mit einem Klick und drücken der Shift-Taste gleichzeitig auf den Boden seht ihr die neue Weltenbearbeitung-Option, mit der ihr eigene Optionen für die Gestaltung auswählen könnt. Je nachdem an welcher Stelle und Höhe ihr auf den Boden klickt, könnt ihr hier ein Mehr hinzufügen und dieses auch mit weiteren Effekten wie die Wellen verschönern. Straßen können verlegt werden, die in dieser Version der Mod an einer Stelle erzeugt und dann in jede Himmelsrichtung erweitert werden. Man kann Kreuzungen einfügen und nicht benötigte Straßen an einer Stelle schließen. Nach dem ersten groben Grundriss in der Welt könnt ihr die komplette Region mit vielen verschiedenen Objekten dekorieren, alle die auch die Entwickler zum Dekorieren der Sims 4-Welten sonst benutzen. Um kleine Wälder zu erstellen, ist es einfach möglich, diese per Menü-Option hinzuzufügen. Arni hat für die Modifikation ebenfalls öffentliche Bereiche gebaut, wie in diesem Beispiel ein Stadtpark, den ihr ohne einen Ladebildschirm besuchen könnt. In dieser Modifikation sind so viele coole Optionen wie ein Missionssystem oder mehr Möglichkeiten für die Gestaltung des Bodens enthalten, dass man mit sehr viel Zeit und Geduld eine komplette Region von Grund auf neu erstellen könnte. Auch wenn es natürlich sehr nervig und zeitintensiv ist, tausende Objekte aus einer langen Liste von verschiedenen Objekten herauszusuchen, ein paar Simmer aus der Community würden sich bestimmt diese Zeit nehmen. Eigentlich ist in der Welt alles frei veränderbar, außer die Position und Anzahl der Grundstücke, sowie die Oberfläche des Bodens. Ich bin mir sicher, irgendwann demnächst werden wir die ersten von der Community bearbeiteten Welten sehen, was eine große Bereicherung für alle wäre. Ganz ehrlich, hoffentlich wird es irgendwann in einem möglichen The Sims 5 einen Editor für die Welt im Spiel geben, das ist mir durch das Anschauen des Videos wirklich klar geworden. Wenn ihr die Modifikation selber ausprobieren möchtet, habe ich euch einen Link in der Beschreibung dargelassen, hier ist ebenfalls erklärt, wie man diese installiert. Auch eine genaue Vorstellung der Mod findet ihr im Originalvideo in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.